Henssler, schnelle Nummer. Heute, was braucht man für den Wok? Als erstes eine Feuerstelle. Da kommt er drauf. Und dann gibt es so verschiedene Varianten noch von sogenannten Wok-Kellen. Das macht man aber eigentlich mehr so in der chinesischen Küche, wenn man in diesem Woks, was man auch oft macht, frittiert. Das machen wir hier in Europa relativ selten. Wir benutzen das eher so für schnelle, kurze Erhitzen. Und da braucht man eigentlich im Grunde genommen einfach nur einen Kochlöffel. Dass man so ein bisschen drin arbeiten kann, schwenken kann, die Sachen verschieben kann. Mehr brauchst du nicht für den Wok.